ok dann wissen wir ja jetzt wie wo war denn das tor hier nicht da hinten rüber lalala über und darüber und hoch da habe ich gar nicht mehr so gedacht dass die auch noch hier umranden und verdammt der ist schon da macht es ist schon abgelassen scheiße ach ich kann ja nicht darunter ich muss irgendwie vorbei im moment verdammt verdammt ja mission vier geschlagen dass man da aber auch nicht runterspringen kann das ist schon blöd scheiß alpha wände das läuft ab das habe ich gerade nicht wahrgenommen dass das abläuft ok dann gehen wir direkt hier runter und verpassen dem direkt ein wobei mir gerade alter wobei mir gerade einfällt ich hoffe die skillung ist jetzt noch da nein der macht einen ganz bösen schaden einen ganz bösen schaden wo geht es runter da geht es runter ich will da direkt runter hier oben ist ja mehr als kacke man da unten gibt es schon genug möglichkeiten festzuhängen aber hier oben ist nee so gut dass die viecher hier alter gut dass die viecher auch gekillt werden wenn sie in den obwohl der schuss auf den auf den großen eigentlich gehen auf dem weg zum großen werden die kleinen auch gekillt auf die kleinen wieder aufpassen die sind ja auch mies ich meine hier ist ja auch nix was im weg stehen könnte so der schon mal weg ich muss ja auch weg sonst bin ich gleich platt ich bin klar falsche richtung die richtung so unfähig kann ja auch nicht sein dann kriegen wir jetzt hin so hier direkt mal ein verpassen damit die schüsse auch nicht treffen oder auch nicht gibt es hier eine möglichkeit diese ganzen störenden alter die ganzen störenden säulen weg zu hämmern das wäre schon episch da sind die kleinen wieder da da kommt der zweite der ist weg 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 auch von dem schneiden kaputt ja nun sie haben wir da hinten der tor noch versuche noch mit zwei das da so alle zu alle zu sehr gut dann denke ich mal haben wir jetzt auch nicht mehr so das problem mit dem da wenn ich mich gerade an so einer säule hängen bleibe so kaum macht man es richtig sieht ja doch ganz anders aus ich hänge aber schon wieder fest das da oben sieht allerdings so ein bisschen so aus als wäre da auch noch so ein portal wo die kleinen rauskommen können so stirbt okay da fällt noch eine säule um ich höre doch wieder was da ist auf jeden fall auch schleifen weil das jetzt meine eigenen schritte die ich gehört habe könnte sein so komme ich jetzt hier durch dahinter ist jetzt der ganze schleim oder was wo muss ich jetzt hin darüber sieht so aus ja sieht sehr danach aus ja ist ja nett dass hier jetzt die tür zugeht geht da hinten schlägt er ordentlich aus hier nicht da da schlägt er ordentlich aus den machen sich als halber weg dass wir hier nichts von hinten ankommen kann das sieht auch schon wieder sehr schleimig aus hier jawohl ist auch sehr schleimig wäre mir doch mit pke meter im leben nicht aufgefallen das ist doch wirkungsvoller ja würde ich sagen dass das wirkungsvoller war ähm ähm eine hilfe wäre cool so mal hier weiter ich glaube nämlich ich renne jetzt gerade im kreis hm nein ich renne nicht im kreis weil da ist wieder schleim dürften wir also auch noch richtig im hengen sein ja sieht stark danach aus sieht stark danach aus so schön dass ich hier wieder mehrere möglichkeiten habe ich meine doch da ja offensichtlich nicht nach da oder nach da da geht es aber auch nicht viel weiter weil ich das richtig sehe na das verdienter weg so und dann noch da weiter lauf 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 da geht es nicht weiter nehmt das denn gar kein ende da geht es auch nicht weiter ich sitze an einem dunklen ort fest kann kaum die arme bewegen kannst du mich finden rette die geisterjäger ich glaube du kommst mir näher die geräusche werden lauter weißt du ich habe dich immer mehr gemocht als die anderen auf einmal was erwartet es uns hier was erwartet uns hier auf jeden Fall schon mal Schleim auf dem Boden das scheint aber unerschleim zu sein das ist ja ja ich glaube ich habe dich da gefunden Winston befindet sich in diesem üblen Gerät mit eiserne Jungfrau ja ähm wie kriege ich dich denn da raus mit so einem Schuss so oder so nein nein ja dann sag mir doch wie ähm ja wo du drin bist weiß ich schon ich weiß nur nicht wie ich dich da rauskriege lass mich mal gucken hier Moment hier ist überall doch noch Schleim ähm hier hoch gehen vielleicht hör auf Blödsinn zu machen und hol mich heraus hmm hier ist ja ein ordentlicher Bottisch Schleim oh such weiter Mann ich muss irgendwo hier drin sein die Frage ist wie ich dich da rauskriege wer ist da überhaupt drin Winston oder Ray ich habe so den also von dem Spruch her würde ich sagen Ray ne also das ganz klar nicht heute das wollte ich nicht hmm hier kommt Schleim raus such weiter Mann ich muss irgendwo hier drin sein ja wo ja ja halt doch einfach mal die Gosh das Ding ist ne das ist nirgendwo angeschlossen das steht einfach nur hier ach interagieren ich war doch eben schon mal hier dran habe ich das da nur nicht gesehen Winston hm hm ich habe da drin echt Krämpfe bekommen das alles sieht irgendwie vertraut aus Ray würde jetzt schon kichern hier kommt all dieser komische Schleim wohl her da von hier aus müssen sie ihn direkt in die Kanalisation gepumpt haben los wir suchen Egan und dann kommt Peter an die Reihe Peter können wir von mir aus lassen wie schltext da D D D D D D D D